Die Bedeutung dieses kleinen r² geht sogar noch einen Schritt weiter. Wir können uns nämlich mit dem kleinen r², das wir uns ja aus der einfachen linearen Regression abgeleitet haben, ein Konzept der multiplen linearen Regression ein wenig näher beleuchten. Wenn wir nur zwei Variablen haben, x und y, und zwischen diesen beiden Variablen eine Korrelation von, sagen wir, Punkt 5 besteht, dann heißt das, dass wenn wir versuchen würden, die Variable y aus der Variable x vorherzusagen über eine Regression, eine Varianzaufklärung von r² gleich Punkt 2,5 erhalten würden. Diese Punkt 2,5 sind aber nicht nur die Varianzaufklärung im Falle der isolierten Betrachtung zwischen diesem Prädiktor und dem Kriterium. Wenn wir weitere Prädiktoren x2, x3 und so weiter hinzunehmen würden und nun mit unserem Ausgangsprädiktor x gemeinsam mit den weiteren Prädiktoren eine multiple Regression auf das Kriterium y durchführten, dann würden wir unseren multiplen Korrelationskoeffizienten ja genau so berechnen, wie hier rechts oben dargestellt. Wenn zwischen unseren Prädiktoren keinerlei Zusammenhänge bestehen, der Prädiktor x also keine Korrelationen mit irgendeinem der anderen Prädiktoren hätte und das auch für jede andere paarweise Korrelation zwischen den Prädiktoren gelten würde, genau in diesem Falle, perfekter Unabhängigkeit innerhalb der Prädiktoren, ist das Regressionsgewichte Beta jedes Prädiktors exakt identisch mit seiner Kriteriumskorrelation. In genau diesem Falle also würden wir hier in der Summe nicht Beta mal rxy, sondern rxy mal rxy stehen haben und das wäre rxy². In exakt diesem Falle also dürfen wir die Kriteriumskorrelation jedes einzelnen Prädiktors quadrieren und schlicht aufaddieren und kämen dann zur aufgeklärten Varianz. In jedem anderen Falle gilt das nicht. Die quadrierte Korrelation zwischen irgendeiner Variable x und dem Kriterium y ist also genau dann ihr Beitrag zur aufgeklärten Varianz, auch im Rahmen einer multiplen Regression, wenn die Prädiktoren nichts miteinander zu tun haben. Und das ist auch inhaltlich absolut sinnvoll. Denn wenn die Prädiktoren etwas miteinander zu tun haben, wäre ja die Bedeutung dieser Prädiktoren für die Vorhersage des Kriteriums vermindert, nämlich um genau die Information, die von den Prädiktoren gemeinsam getragen wird. Diese Information hilft uns ja nicht zweimal bei der Vorhersage des Kriteriums, sondern genau ein einziges Mal. Abweichungen von dieser Systematik, die bei vollkommener Unabhängigkeit zwischen den Prädiktoren besteht, gibt es in der Regressionsrechnung allein aufgrund von Stichprobenziehungen immer. In der Praxis also ist der Beitrag einer Variable zur Aufklärung des Kriteriums in aller Regel niemals identisch mit ihrer quadrierten Korrelation mit diesem Kriterium. Also mit der Varianzaufklärung, die nur dieser eine Prädiktor für das Kriterium leistet, wenn es alle anderen Prädiktoren nicht gäbe.